Was geht Leute? Ich bin's wieder euer Domme. Ja, Arbeitstag erfolgreich überstanden. Ich bin jetzt gerade hier dabei und mache für die Kleine und für mich ein kleines süßes, nettes Abendessen. Wir haben uns geeinigt auf Thunfischsalat. Ja und dann werde ich mich jetzt direkt mit dir gleich hinsetzen. Wir werden gemütlich den Thunfischsalat essen, bisschen Fernse gucken, mal gucken was für die Kleine und Fernse so kommt. Und später, wenn die Frau wieder aus dem Fitness zurück ist, werde ich dann den Tobi abholen gehen. Beziehungsweise ich glaube der kommt als erstes her. Und dann gehen wir ins Fitness. Heute ist wieder Brust und Bizeps. Wir fangen ab dieser Woche Vierersplit an. Und mal sehen wie es so läuft. Ich denke, es wird uns gut tun. Also mir zumindest auf jeden Fall. Und dann schauen wir, dass wir das richtig durchziehen. Jetzt habe ich mir noch ein schönes Eid dazu geputzelt. Und jetzt lassen wir es uns erstmal kurz munten. So meine Lieben. Ja. Was soll ich sagen? Jetzt sitze ich an meinem Arbeitsplatz. Ich habe Wiesse fertig mit Essen. Hat sehr gemundert. Thunfischsalat, Ei dazu, viel Eiweiß, muss sein, Salat. Viele Vitamine für die Kleine. Abends geht es bei uns Kohlenhydrat genäß ich jetzt in der letzten Zeit gar nichts mehr. Wir versuchen das einfach komplett wegzulassen. Damit man das einfach... Dass man einfach nachts nicht so einen schweren Magen hat. Genau. Ja. Jetzt kommt dann demnächst der Tobi. Wir werden uns dann richten. Wir werden noch kurz warten, bis meine wieder da ist. Und dann... Oh, was ist denn hier? Dann haben wir hier aber einen rechten komischen Fleck an der Kümmer. Seht ihr mich noch? Hallo? Entschuldigung. Okay. Ja, wir werden heute... Wie gesagt, wir werden heute hier... Wie sieht es aus? Brust und Bizeps wird gemacht heute. Wir haben uns einen komplett neuen Vierersplit gestern einfallen lassen. Wir haben diese App Loox, oder wie sie heißt. Vielleicht kennt ihr die ja. Die werden wir jetzt auf jeden Fall dafür benutzen. Und da kann man sich wirklich gute Pläne einrichten. Wir schauen auch, dass wir uns da dran komplett halten. Auch rein folgemäßig sollten wir uns da dran halten. Ja. Hey Tobi! Sehr gesprächig. Na? Spielst du Handy? Mhm. Mhm. Findest du das gut? Ja, hab ja sonst nichts zu tun. Was gibt's? Was gibt's? Ja? Was ist dein Problem? Hast du ein Problem? Was? Eeeem! Eeeem. 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 Eeeem! Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt bei Butterfly? Was kommt da drauf? Am Salzu. Von oben. Mal gucken, wie es noch läuft heute. Voll heute. Die Flühe, die Flühe und die Flühe, die Flühe werden können... Hallo! Hi Hashtag Furchterfurtz So Leute, Training vorbei? Ja ist egal, kann ich ja schneiden Ich hab ja ein gutes Schnittprogramm, haha Final Cut und so Ha, 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 ha Übrigens Ich hasse Winter Ich bin heute schon hingebrettert, ey Alter, ganz furchtbar Ich zeig euch jetzt mal ganz kurz die Karre, wie die aussieht Wer hat denn da Bock drauf bitte? Was soll denn das? Werden Winter erfunden? Kann man das nicht einmal erklären? Tobias, weißt du das? Ja, der Winter Scheiße Winter Eiszapfen Kalt Dreck Man rutscht aus Schnee Man rutscht aus Glatt Scheiße Kalt Ja Das war's dann für heute Ich hoffe das Video hat euch gefallen War heute nur ein kurzes Weil der Arbeitstag heute ziemlich lang war Aber Ich versuche so oft wie möglich was hochzuladen Immer wenn es mir zeitlich reinpasst werde ich auf jeden Fall was hochladen Oder wir versuchen so oft wie möglich auch zu filmen und zu machen Heute war es leider ziemlich voll im Fitness Und das Double-Shot dann nicht irgendwie Leute stören Durch das, dass du da rumläufst mit der Kamera Äh Ja Auch rechtlich gesehen Ja auch zwecks hier Datenschutz und so weiter und so fort Deswegen versuche ich mein Bestes Und ich hoffe das Video hat euch gefallen Äh Gerne ein Abo da lassen Kommentar wie gesagt Ja dann sehen wir uns später in unserem Mittwoch wieder Leute Danke euch Ciao